Wir sind heute hier am Aschenberg und verteilen neben unseren Fit for Return Flyern auch die Flyer Deutsch und Russisch. Gerade unsere Bürger mit russischem Migrationshintergrund sind ein gelungenes Beispiel dafür, dass Integration funktionieren kann, wenn man will. Die Landtagswahl in Hessen steht bevor. Viele fragen sich, was soll ich wählen? Ich kann nur allen empfehlen, wählen Sie AfD. Die AfD ist die einzige Partei, die sich wirklich für die Bürgeranliegen einsetzt. Erstes Beispiel. Der CDU-Bildungsminister Lorz hat Anfang des letzten Jahres einen Sexualkunde-Lehrplan in Kraft gesetzt. Und dieser Sexualkunde-Lehrplan enthält einen Begriff. Wertschätzende Akzeptanz. Wertschätzende Akzeptanz gibt es aber nur für Lesben, Schwule, Transgender und Sonstige. Für die normale Familie aus Mutter, Vater und Kindern gibt es in diesem Sexualkunde-Lehrplan keine wertschätzende Akzeptanz. Wer also CDU wählt, muss wissen, dass er im Grunde die Grünen unterstützt. Denn die Grünen waren es, die diesen Sexualkunde-Lehrplan von der CDU eingefordert haben und die CDU hat geliefert. Wer also die CDU unterstützt, unterstützt letztendlich die Grünen und ihre absurden gesellschaftspolitischen Aktionen. Für uns ist klar, Russlanddeutsche sind Deutsche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017